. Guillermo lebt in Spanien. Er ist 28 und leidet seit 4 Monaten an Covid-19. Wer aus Frankreich oder den Niederlanden nach Großbritannien einreist, muss jetzt dort in Quarantäne. Guillermo Gruszka ist erst 28, doch er kämpft mit den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus. Angesteckt hat er sich im März, als noch wenig über Covid-19 bekannt war. Nach einer Lungenentzündung befindet er sich nun auf dem Weg der Besserung. Ich hatte nicht die Kraft aufzustehen oder Sport zu treiben. Mein Körper tat weh, als ob man mich geschlagen hätte. Die Lymphknoten im Hals und in den Achseln waren über Monate geschwollen. Wenn ein junger Mensch für 4, 5 Monate im Bett bleiben muss, was passiert dann erst mit alten Leuten? Nur drei Monate nach Ende des Lockdowns steigt die Zahl der Infektionen wieder an. Diesmal trifft es vor allem junge Menschen. Die Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus haben ihren Teil dazu beigetragen. Wir haben Guillermo eines der Videos von offenbar sorglos feiernden Jugendlichen gezeigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so etwas unbewusst passiert. Vielleicht fühlen sich die Leute nicht verwundbar. Sie denken, dass es sie nicht betrifft oder dass es im Ernstfall nicht so schlimm werden wird. Da wird man leichtsinnig, aber das geht über die eigenen Gefühle hinaus. Das ist ein absoluter Mangel an Rücksichtnahme. Trotz der laufenden Aufklärungskampagnen sind die meisten der Neuinfizierten in Spanien unter 35. Vier von fünf Infektionen können nicht zurückverfolgt werden. Experten warnen junge Menschen, sich an die Isolation zu halten, selbst wenn keine Symptome vorliegen. Wer Kontakt hatte und keine Symptome spürt, sollte sich trotzdem für 15 Tage in Isolation begeben. Aber niemand hält sich daran. Man fragt, warum denn? Ich habe keine Beschwerden. Wir wissen, dass Partys das Virus jetzt am stärksten verbreiten. Von dort bringt man es in die Familien, steckt Vater und Großvater an. Und dann sterben sie. Wie wird man den Rest des Lebens damit fertig? In den vergangenen Tagen wurden in Spanien immer mehr Neuinfektionen gemeldet. Es werden wieder viel mehr Covid-19-Patienten in Krankenhäuser eingeliefert. Kliniken stocken die Zahl an Betten und Personal auf. Viele Regionalregierungen haben weitere Beschränkungen erlassen. Man befürchtet eine zweite Welle. Es sind entscheidende Stunden und Tage in Spanien. Die Bevölkerung dürfte die harten Tage des Lockdowns noch deutlich in Erinnerung haben. Die Behörden tun alles, um das Gesundheitssystem vor dem Zusammenbruch zu bewahren. In Madrid, Kalmar Velasquez. Euronews. In Österreich sind jetzt eine Million Coronavirus-Tests durchgeführt worden. Und damit wurde laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober eine historische Marke überschritten. In den vergangenen 24 Stunden wurden 282 positive Fälle registriert. Die Alterspyramide habe sich drastisch verschoben, sagte Anschober. Wie anderswo in Europa werden immer mehr junge Leute positiv getestet. Der Altersdurchschnitt liegt in Österreich jetzt bei 33,7 Jahren. Während viele in den Ferien sind, machten an diesem Freitag an den Universitäten in Wien, Graz, Innsbruck und Linz etwa 16.000 junge Leute den Aufnahmetest fürs Medizinstudium. Unter Corona-Bedingungen. Es geht um die 1740 Studienplätze in Human- und Zahnmedizin. Die Tests waren von Anfang Juli auf Mitte August verschoben worden. Ich habe irgendwann einmal in den letzten Jahren gesagt, das ist unser jährliches Rolling Stones-Konzert. Das sage ich heute nicht mehr. Heute spielen wir auf zehn Fußballflächen. Und das ist der Vergleich, den wir heute ziehen müssen. Denn die Fläche, die wir bespielen, entspricht wirklich zehn Fußballfeldern. Besonders viel Abstand war in dem Raum vorgesehen, in dem Bewerberinnen und Bewerber mit Covid-19-Symptomen die Prüfung ablegen konnten. Wegen der steigenden Zahl von Coronavirus-Neuinfektionen fängt Großbritannien eine Quarantänepflicht für Einreisende aus den Niederlanden, Malta und Frankreich. Eine solche Regelung für Urlauber aus Spanien hatte Ende Juli für einen Aufschrei gesorgt. Wir kündigen an, dass die Quarantäne für weitere Länder in Kraft tritt. Darunter Frankreich, die Niederlande und einige andere. Denn wir arbeiten hart daran, sicherzustellen, dass unsere Zahlen niedrig bleiben und können uns keine neuen Fälle von anderswo leisten. In einer der größten Sandwich-Fabriken der Welt, bei Green Corps in Northampton, wurden unterdessen 292 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Das Unternehmen hatte wegen vieler Fälle in der Region zwischen Birmingham und London alle Beschäftigten testen lassen. In Belarus gehen die Proteste gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko weiter. Arbeiter in Staatsbetrieben traten am Freitagmorgen erneut in den Streik. Im Minsker Automobilwerk, BELAZ, skandierten sie. Wir sind 97. So viel Prozent von ihnen sollen bei der Präsidentschaftswahl am vergangenen Sonntag gegen Lukaschenko gestimmt haben. Hunderte Ärztinnen und Ärzte bildeten in Minsk eine Menschenkette, um gegen das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten zu protestieren. Nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl sollen bis zu 7000 Menschen verhaftet worden sein, die sich an Demonstrationen beteiligt hatten. Mit der Freilassung hunderter Gefangener in der Nacht zu Freitag hat der weißrussische Präsident nun teilweise EU-Forderungen nachgegeben. Die Entlassenen berichten von schwersten Misshandlungen im Gefängnis. Mehrere mussten wegen schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Mit der Freilassung der Gefangenen hat der Machtapparat in Belarus das erste Mal seit Tagen eingelenkt. Drei Frauen waren es, die in Belarus Präsident Alexander Lukaschenko bei der Wahl die Stirn boten. Und es sind Frauen, die jetzt auf die Straße gehen und demonstrieren. Unser Präsident sagt, dass die Verfassung Frauen in der Politik gar nicht erwähnt. Und dass Frauen hier nur in der Regierung dienen können. Und auch den Männern also. Dass wir keine Kraft und nicht das Wissen dazu haben zu regieren. Drei Frauen haben gezeigt, dass wir sehr wohl die Kraft haben. Wir haben auch eine Stimme. Wir sind den Männern ebenbürtig. Und manchmal sind wir sogar stärker als die Männer. Die Wahlen in Weißrussland waren nie zuvor so spannend gewesen. Denn bisher glänzte die Opposition meist durch Abwesenheit. Wer nicht mit Lukaschenko einverstanden war, hielt den Mund. Diesmal hatte sich aber jemand aufstellen lassen. Eine Frau. Das führte dazu, dass der Mann, der auch der letzte Diktator Europas genannt wird, seine Ansichten über Frauen kundtat, dass sie zum Dienen gemacht seien. Doch viele, auch Männer, wählten Svetlana Tichanowskaya. Die 37-jährige Englischlehrerin setzte sich nach der Wahl nach Litauen ab. Und auch Veronika Zepkalo hatte Angst und floh nach Moskau. Die einzige der drei Frauen, die blieb, ist Maria Kolesnikova. Wir fordern weiter freie und faire Wahlen und die Freilassung aller politischen Gefangenen. Unter ihnen sind unsere Freunde und unsere Angehörigen. Und wir werden eine Plattform schaffen, um denjenigen zu helfen, die bei den Protesten beleidigt, eingeschüchtert oder verletzt wurden. Amnesty International beklagt, dass Frauen, die sich politisch engagierten, in Belarus wegen ihres Geschlechts diskriminiert würden. Aktivistinnen berichten von sexuellen Übergriffen und Drohungen, dass ihnen ihre Kinder weggenommen würden. Kolesnikova sagt, sie lasse sich nicht einschüchtern. Ich fühle, dass das Volk mich unterstützt. Menschen auf der Straße applaudieren mir. Ich weiß, dass wir ein besseres Weißrussland schaffen können. Nach Jahrzehnten des Schweigens sind die Frauen in Belarus entschlossen, dass ihre Stimme gehört wird. Kolesnikova sagt, es sei lange genug geschwiegen worden. Diese Woche auf euronews. Sie konzipiert als mutiges Projekt in Kriegszeiten feiern die renommierten Salzburger Festspiele in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen mit einer Jubiläumsausgabe in turbulenten Zeiten. Turbulent Times Mozart's furiose Liebesgeschichte Kursi van Tute in Musiker auf euronews und euronews.com Musiker wird Ihnen präsentiert von Rolex. Seit einem Jahrhundert sind die Salzburger Festspiele eine Hochburg der klassischen Künste. Die größten und brillantesten Stars machen vier Wochen lang Mozarts Geburtsort zur Bühne für überragende Darbietungen und schreiben das dauerhafte Vermächtnis ihrer Kunst fort. Ich fühle mich auf. Wow! Euronews. All Views All Views Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Katastrophe hatte ein Schlaglicht auf die verfallenen Straßen, Brücken und Eisenbahnen im Land geworfen. Für die Hafenstadt Genua ist die Brücke wichtig. Vier Wartungsroboter sollen an dem neuen Bauwerk dafür sorgen, dass sich eine Tragödie wie 2018 nicht wiederholt. Die Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei gelten schon länger als angespannt. In dieser Woche haben die Spannungen zwischen den beiden Ländern zugenommen. Die Türkei entsendete ein Forschungsschiff in die Ost-Ägäis, um dort nach Erdgas zu suchen. Für Athen bedeutet dieser Schritt eine klare Verletzung der Seerechte. Das Militär wurde in Alarmbereitschaft versetzt. Der griechische Ministerpräsident Kriakos Mitsotakis warnte vor einer Eskalation. Wenn sich so viel Militär in solch einem engen Gebiet versammelt, dann ist das Risiko hoch, dass es zu einem Zwischenfall kommt. Dann liegt die Verantwortung bei demjenigen, der das alles ausgelöst hat. Es geht um Gasreserven im östlichen Mittelmeer. Im November 2019 unterzeichneten die Türkei und Libyen ein Abkommen zur Schaffung einer AWZ, einer ausschließlichen Wirtschaftszone, hier in weißer Farbe dargestellt. Vor gut einer Woche handelten Griechenland und Ägypten eine eigene AWZ aus. Athen behauptet, dass diese Wirtschaftszone das türkisch-libysche Abkommen aufhebt. Das Seerecht der Vereinten Nationen legt für Küstenländer eine AWZ fest, die über die Hoheitsgewässer eines Landes hinausreicht. Dort hat ein Staat, das alleine gerecht, Bodenschätze abzubauen. Liegt die Küste eines anderen Landes näher, gilt eine Mittellinie als Grenze. Griechische Inseln, die nah an der türkischen Küste liegen, verringern also deren AWZ enorm. Die Türkei ist der Auffassung, dass Inseln keine AWZ haben und sieht ihre Gaserkundung daher als legitim an. Griechenlands Verhalten in der Ägäis und im Mittelmeer ist bösartig. Wir haben keinen Einfluss auf die Rechte anderer, aber wir lassen uns von keinem Land unsere Rechte wegnehmen. Unterdessen weitet die Türkei ihre Bohrungen vor der Küste Zyperns aus und schickte trotz Warnungen der EU ein drittes Schiff in die Region. Dies bewegte sich am Freitag erneut in einem Seegebiet südlich der griechischen Urlaubsinsel Rhodos, das Griechenland als eigene AWZ versteht. Drei Frauen waren es, die in Belarus Präsident Alexander Lukaschenko bei der Wahl die Stirn boten und es sind Frauen, die jetzt auf die Straße gehen und demonstrieren. Unser Präsident sagt, dass die Verfassung Frauen in der Politik gar nicht erwähnt und dass Frauen hier nur in der Regierung dienen können und auch den Männern also. Dass wir keine Kraft und nicht das Wissen dazu haben zu regieren. Drei Frauen haben gezeigt, dass wir sehr wohl die Kraft haben. Wir haben auch eine Stimme. Wir sind den Männern ebenbürtig. Und manchmal sind wir sogar stärker als die Männer. Die Wahlen in Weißrussland waren nie zuvor so spannend gewesen. Denn bisher glänzte die Opposition meist durch Abwesenheit. Wer nicht mit Lukaschenko einverstanden war, hielt den Mund. Diesmal hatte sich aber jemand aufstellen lassen. Eine Frau. Das führte dazu, dass der Mann, der auch der letzte Diktator Europas genannt wird, seine Ansichten über Frauen kundtat, dass sie zum Dienen gemacht seien. Doch viele, auch Männer, wählten Svetlana Tiranowskaya. Die 37-jährige Englischlehrerin setzte sich nach der Wahl nach Litauen ab. Und auch Veronika Zepkalo hatte Angst und floh nach Moskau. Die einzige der drei Frauen, die blieb, ist Maria Kolesnikova. Wir fordern weiter freie und faire Wahlen und die Freilassung aller politischen Gefangenen. Unter ihnen sind unsere Freunde und unsere Angehörigen. Und wir werden eine Plattform schaffen, um denjenigen zu helfen, die bei den Protesten beleidigt, eingeschüchtert oder verletzt wurden. Amnesty International beklagt, dass Frauen, die sich politisch engagierten, in Belarus wegen ihres Geschlechts diskriminiert würden. Aktivistinnen berichten von sexuellen Übergriffen und Drohungen, dass ihnen ihre Kinder weggenommen würden. Kolesnikova sagt, sie lasse sich nicht einschüchtern. Ich fühle, dass das Volk mich unterstützt. Menschen auf der Straße applaudieren mir. Ich weiß, dass wir ein besseres Weißrussland schaffen können. Nach Jahrzehnten des Schweigens sind die Frauen in Belarus entschlossen, dass ihre Stimme gehört wird. Kolesnikova sagt, es sei lange genug geschwiegen worden. Eineinhalb Wochen nach der verheerenden Explosion in Beirut ist der französische Hubschrauber Trilga Toner im Libanon eingetroffen. Das Schiff bringt vor allem Nahrungsmittel und Baumaterial in die Hauptstadt. Die französische Verteidigungsministerin Florence Parly, die nach Beirut gereist war, sagte, Wie immer steht Frankreich dem Libanon sehr nah. Nach dieser Tragödie umso mehr. Zwischen den beiden Ländern ist ein Hilfskorridor eingerichtet worden. Die heutige Ankunft von Toner ist ein weiterer Beweis für das Engagement Frankreichs im Libanon. Parly besuchte unter anderem das Beirut-Auski-Viertel Gemaysee, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Viele Häuser in dem Bezirk wurden bei der Explosion stark beschädigt. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind rund 300.000 Menschen auf internationale Unterstützung angewiesen. 100.000 Bewohner der libanesischen Hauptstadt seien arbeitslos geworden. Das Welternährungsprogramm WFP verteilt bereits Lebensmittel für notleidende Menschen. In den kommenden Wochen sollen vor allem Weizenmehl und Getreide in der Hauptstadt eintreffen. Während die Welt sich auf das Coronavirus konzentriert, brennt der Amazonas-Regenwald ab. Am schlimmsten ist es in Brasilien, aber auch die anderen Amazonas-Anrainerstaaten roden. Kapitän Kettensäge, wie sich Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro spaßhaft nennt, lässt die Brandrodungen zu. Hat er doch Gesetze, die Umweltkriminalität bestrafen, außer Kraft gesetzt? Wenn es so weitergeht, dann wird der Amazonas-Regenwald zur Savanne. Der Schaden, der hier angerichtet wird, ist irreversibel. 60 bis 70 Prozent des Amazonas-Regenwaldes werden zur Savanne. Und das für immer. Der Ort Novo Progresso liegt unter einer dichten Rauchschicht. Brasilien braucht Land für Rinder. Das Geschäft mit Rindfleisch für China und Hongkong läuft gut. Nur weil Einzelpersonen in Novo Progresso Umweltverbrechen begehen, sollten nicht alle Menschen aus Novo Progresso in einen Topf geworfen werden. Zugegeben, wir brauchen Land. Aber wir respektieren die Umwelt. Wir können nicht einfach alles brandroden. Im Vergleich zum Vorjahr wurden an die 30 Prozent mehr Brände gezählt. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die Coronavirus-Pandemie auf euronews.com und auf unseren mobilen Anwendungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vertraue und ZDF für funk, 2017 Das ist einzessattes ZDF für funk, 2017 Und die mechanische Knappflöcher die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die vier Anträge sind die 4 Prozent mehr Gewinne aufbauen. Sie haben einen falschen Knappflöcher die untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020